Was bist du für ein Lappen? Du meinst ihm auf BW nachzumachen, doch du wirst es niemals schaffen, ein gescheiteres Battle zu machen. Du willst deine Stimme nicht preisgeben, wahrscheinlich willst du Reward noch teilnehmen, oder du bist einfach noch keine 13. Der Preis wird an den Teilnehmern gemessen, dann sind es 2€. Wir können Lappenwerfer ihre Kräfte messen, doch ich jetzt nur zum Frühstück essen. Ihr werdet's voll verkacken, denn ich werde euch zerhacken. Ich nehme eine Axt in die Hand und dann veranstalte ich ein Blutwort. Eigentlich sind Waffen nicht von Nuten, ich kann euch auch mit bloßen Händen tun. Du hast noch Roseline an deinem schwulen Arsch, von deinem ersten und letzten Jahr. Du hast Schließungsgekater, wegen deinem Vater. Du kennst dich nicht mit Rap aus. Das ist der Grund, warum ich dich in der Pfeife rauch. Kannst du's nicht begreifen? Hier hast du's nochmal zum Mitschreiben. Du bist nur ein Haufen Scheiße, Alter, kannst oder willst du's nicht begreifen? Ich schneid dich in Schein, denn du kannst nicht mehr als zu kneifen. Ich steck dir im Wesenstiel, QM Arsch, doch, denn das ist es doch, was du magst. Junge, ich fick dich hart in deinen schwulen Arsch. Jetzt sag doch, was der Preis ist oder gib einfach zu, dass es keinen gibt. Ja, so, mehr Zeit und Aufwand will ich jetzt nicht reinstecken in so einen Scheiß. So, und dann bin ich mal gespannt, wenn ich überhaupt noch ficken kann oder ob ich einfach schon den Preis kriege, weil der einzige Teilnehmer und so geht. Okay. Okay. Okay.